Es gibt Gerüchte, dass die Gruppe aufgeteilt wird, wenn wir Quarantan verlassen. Corian ist sogar der Meinung, dass wir nach Hause kommen. Wenn der wüsste. Einige Jungs wollen sich zu Hause eine Farm kaufen. Sie wollen nur noch ihre Ruhe und ihren Frieden. Ich nicht. Nicht nach allem, was ich gesehen habe. Ich will meine Tage nicht mehr allein verbringen. Es ist noch nicht vorbei. Diese ganze Sache ist noch lange nicht vorbei. Warum schleppst du denn dieses Stück Schrott mit dir rum? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es meine Pflicht ist. Was hast du vor? Willst du es beerdigen? Möglich. Haltet die Klappe und stellt euch auf. Ich bin kein Freund langer Ansprachen. Es wird ihm zeigen, dass seine Tage gezählt sind. Jetzt muss ich noch jemanden befördern. Sergeant Harzok, vortreten! Die zweite Gruppe braucht einen neuen Gruppenführer. Herzlichen Glückwunsch. Näh dir schleunigst diese Winkel an oder ich lasse dich wegen deiner Uniform melden. Sergeant Baker! Du weißt, dass es noch nicht vorbei ist. Wir haben in den letzten acht Tagen ganz schön was durchgemacht. Willkommen am Ende des Anfangs. Schnappt euch eure Ausrüstung! Wir befinden uns nämlich im Krieg! Dritte Gruppe, ihr habt's gehört. Vorwärts! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020